Wir sind heute im größten Wasserpark in Roblox unterwegs, Ozeanik. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört, es soll wirklich sehr, sehr krass sein. Es gibt mega steile Rutschen, wo man mit Ringen runterrutschen kann. Es wird sehr, sehr krass. Guckt das Video bis zum Ende, lasst ein Like und auch ein Abo da und jetzt viel Spaß. Freunde, guckt es euch an, wir sind im Ozeanik-Wasserpark. Sehr, sehr krass soll er sein. Ich selber kenne den noch nicht, also wenn ihr ihn kennt, lasst auf jeden Fall dafür schon mal einen Like da. Guck mal, hier scheint der Eingang zu sein. Guten Tag, hallo. Hier kann ich mein Ticket ziehen. Ah, okay, aber... Ah, ist heute ein gratis Eintritt? Wahrscheinlich schon. Deswegen ist da auch gar keiner, ne? Und da oben, Strandparty in elf Minuten, sag mal. Oh Gott, okay. Also im Wasserpark müsste man ja auch erstmal ein richtig cooles Outfit finden, ne? Welches sollte ich mir denn da am besten mal holen? Hm, welche Badehose findet ihr am besten? Ich glaube, ich nehme mal... Ich weiß nicht, ob ich die rote nehmen soll. Ich glaube, ich nehme mir mal die rote Badehose. So, das sieht doch cool aus, sag mal. Hier ein Bikini, den brauche ich nicht. So, was können wir hier vorne noch holen? Hm, ne. Die rote Badehose gefällt mir am besten. Komm, wir gehen mal ein bisschen rum hier und gucken mal, was wir hier alles entdecken können, ne? Ich habe echt gehört, es gibt mega die krassen steilen Rutschen. Was haben wir da? Die Einschienenbahn soll das hier sein. Okay. Äh, okay. Und jetzt hier, wo geht das hin? Ähm, keine Ahnung, was das hier ist. Ah, ne, das hier ist die Einschienenbahn. Ah. Und guck mal, hier führt auch so ein Ring, mit so einem Ring, so ein Wasserding, führt komplett durch den Park durch. Guck mal, ich kann mich hier einfach draufsetzen. Und jetzt kann ich auf dem Ring durch den ganzen Park einfach so aufentspannt durchschwimmen. Na, das ist doch auch cool. Was haben wir hier noch? So Kanonen und sowas? Hm. Ja. Können wir damit irgendwie rum? Kann die uns losschießen? Ich drücke mal drauf hier. Oh Gott, wow, guck mal. Eine riesige Wasserfortäne. Okay, das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und, oh Gott, die sieht ja mal mega krass aus. Guckt euch mal hier an, die habe ich ja gar nicht erkannt, dass hier eine ist. So eine krasse Bahn. Und da oben, diese rote Bahn, die rote. Oh mein Gott, die rote Rutsche. Alter, da rutscht doch gerade einer. Okay, wo rutscht der hin? Wow, habt ihr gesehen, wie schnell der gerade vorbei ist? Und da ist er, wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Alter, der war ja mal mega schnell. Also, ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt hier rein, weil es wird schon kalt. Ich muss jetzt rutschen. Also, welche Rutsche sollen wir zuerst nehmen? Was haben wir denn da noch? Oh mein Gott, die Teufelsspitze. Das hört sich, das hört sich nach, das hört sich nach Spaß an, muss ich sagen. Komm, die werden wir nehmen. Ich laufe hier mal ganz kurz nach oben. Einfach mal die Teufelsspitze, ne? Okay, was können wir hier nochmal? Eine Zipline war da anscheinend. Okay. Wo geht denn das hier? Oh mein Gott, das geht hier noch höher. Okay, also, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ein bisschen habe ich Höhenangst, ne? Ich bin so ein kleiner Angsthase, wenn ich irgendwo ganz weit oben stehe. So, aber jetzt bin ich ganz oben und, das hier ist die, das ist die Teufelsspitze. Ah ne, guck mal, hier ist sogar der, ah, das ist die Zipline, die geht da hinten zum Pinken. Die brauchen wir nicht. Komm, ich fahre hier einmal ganz kurz mit der hier mit. Geht das? Äh, einfach so rein. Oh Gott. Wow. Was war das? So rutschig gerade schon. Okay, ich stelle mich rein. Und jetzt? Wow. Oh mein Gott, es geht direkt los. Die Teufel, oh mein Gott. Wow. Alter, wie sieht das aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die schnellste Rutsche, die ich hier gesehen habe. Und hier ist auch so ein riesiger Trichter, sag mal. Und wo hier? Soll ich jetzt hier beim Trichter hin? Muss ich da runterrutschen irgendwo oder was? Okay, das war auf jeden Fall gerade schon mal mega, mega schnell. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. So, ich war übrigens gestern erst im Schwimmbad, ne? Und war da auch eine Runde rutschen. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Es geht los, Freunde. Wir rutschen los. Wow, sie ist rausgeflogen. Okay, es war direkt schon. Ah, da ist sie wieder. Okay, alles entspannt. Und wir sitzen hier in den Ringen drin, ne? Halt ich gut fest. Wow. Wow. Oh mein Gott. Was geht denn das jetzt so ab hier, ey? Und wir... Alter, da läuft einfach einer auf der Rutsche rum. Das darf man aber nicht. Okay, und wir sind unten angekommen. Alter, ich bin zu schwer. Die Ringe sind direkt unter Wasser gegangen. Okay, also das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ne? Okay, gehen wir mal hier vorne hin. Mh, Sonnenschein. Okay, hier muss doch irgendwo... Ich denke, dieser Weg hier führt auch zu einer Rutsche, oder? Würde ich mal sagen. Komm, wir gehen mal hier ganz kurz die Rutsche hoch. Ah, Leute, bin ich hier? Was? Okay, das war der Ausgang von der Rutsche vorhin. Ach, okay, krass, krass. Okay, aber wo führt das hier alles hin? Hier! Mann, ich bin auch so blind, ey. Ich hätte die ganze Zeit hier nur hochlaufen müssen, Mensch. Einfach hier einmal vorbei und dann die Treppe hoch und schon bin ich da wahrscheinlich. Okay, komm, wir laufen mal nach ganz oben. Warte mal, was ist denn das hier? Oh, oh. Okay, da können wir irgendwas spawnen lassen. Irgend so ein Wagen oder sowas. Hier gibt es einen Punkt, einen Punkt, einen Punkt. Oh mein Gott, guck mal, wie viele das hier sind. Komm, ich würde sagen, wir nehmen diese hier mal. Ich mache auf und... Hä? Wie kann ich denn jetzt rutschen? Wow! Hä? Was ist denn das hier? Wieso läuft denn der jetzt so? Guck mal, ich bin voll am Laufen. Hier kann ich mich auch bitte mal irgendwie, keine Ahnung, kann ich auch bitte mal eine Runde rutschen? Hier, sitzen. Na, das war doch gar nicht so schwer. Ja, und jetzt muss ich halt sitzen und auch schon in die Richtung rutschen, sag mal. Na gut, ich komme, ich hole noch mal ein bisschen Anschwung und jetzt sitzen. Ja, sehr gut. Okay, schön Speed, schön Speed. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber diese... Oh Gott, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Oh mein Gott, das war eben noch... Oh mein Gott, das war Aufwärmphase. Wow, wow, wow. Und rein hier in die Höhle. Okay, das sieht sehr, sehr krass aus. Oh, oh, guck mal. Direkt neben die Röhre gesprungen, ja. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und ich setze mich mal wieder hin hier. Okay, so. Schöne Rutschen, alles entspannt. Es geht weiter, Freunde, auch wenn wir jetzt ein bisschen langsamer unterwegs sind. Sag mal, also die Rutsche, muss ich sagen, da sind aber noch ein paar Probleme, ne. Also so richtig perfekt wurde die noch nicht gebaut. So, kann ich mich hier nochmal hinsetzen? Ja, und ich rutsche runter ins Wasser. Ich weiß nicht, welche Note ich der Rutsche geben würde. Ich glaube, ich würde der eine... Ich weiß nicht. Also es war für mich eher eine 4 von 6. Also eine Schulnote 4. Ich würde sagen, wir verlassen mal diesen Bereich hier vom Aquapark. Und Ozeanik-Aquapark. Und wir gucken mal, was wir da hinten noch machen können. Guck mal, ich kann halt hier hinten noch... Kann ich hier noch irgendwo hingehen? Diese ganze Eislandschaft, die haben wir halt noch gar nicht gemacht, ne? Was haben wir da noch? Guck mal, ich gehe jetzt mal auf der Rutsche. Marschiere ich jetzt mal da hinten zum... Oh, das ist rutschig. Das ist mega rutschig. Okay, ich glaube, es ist da drauf. Hier vorne ist auch eine andere Rutsche. Okay. Haben wir die hier schon gemacht? Ich glaube, ja, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich setze mich hier mal lieber hin. Oh Gott, mal gucken, wo füllen die raus? Ich glaube, jetzt habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen abgekürzt, oder? Wow, yippie. Okay, okay, diese sieht auch sehr, sehr krass aus. Aber wo füllen die hin? Ah, ich bin in die falsche Richtung. Ich rutsche in die falsche Richtung. Lol. Jetzt bin ich aber ganz oben, oder? Nee, gar nicht wahr. Ich rutsche in die richtige Richtung. Also, jetzt bin ich hier schon wieder gefangen in der Röhre. Ich kann es nicht glauben. Ich setze mich hin. Ich will jetzt hier einmal im Looping runterrutschen, sag mal. Oh Gott, oh Gott. Oh, man dreht sich auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich schnell hier. Da kannst du echt machen, was du willst. Du hast hier echt Probleme. So, komm, ich laufe wieder ein bisschen rum. Hm, vielleicht können wir uns auch teleportieren, ne? Also, teleportieren ging nicht. Aber ich bin jetzt hier gerade bei dem, bei der Ice World, ne? Der Ice World. Also, ich bin gespannt, was wir hier für eine Rutsche finden. Die sieht halt auch krass aus. Ich sage euch ganz ehrlich, der Park ist so groß, da kannst du echt wirklich tausend Jahre rumsuchen und findest immer noch nicht die beste Rutsche, ne? Oder irgendwie die krasseste. Oder kannst nicht mal alles machen, ne? Das kannst du auch nicht machen. Wo kann ich jetzt hier... Guck mal, die rutschen hier mit den Ringen da runter. Hm, wo kommt diese Rutsche her? Die muss ja hier irgendwo entspringen, ne? Und die rote Rutsche, die große da oben, würde ich auch gerne nochmal benutzen. Ja, ich weiß aber... Oder soll ich mich jetzt schon für die rote entscheiden? Ich meine, der Aufgang für die rote ist halt direkt da hinten. Oh Mann, dann mache ich den Eispack von mir aus beim nächsten Mal, wenn ihr es wollt. Okay, dann nehmen wir die rote steile Rutsche und dann gucken wir mal, wie schnell wir da werden. Was ist das denn hier? Guck mal, so ein Wasserbecken einfach. Hier können wir irgendwo hintauchen. Lol, hier gibt es so eine Höhle? Wo geht es denn jetzt hin, Mensch? Oh Gott, guck mal. Jetzt ist das hier eine... Ach, das ist so eine Unterwasserhöhle. Oh mein Gott, wie lange soll ich hier bitte Luft anhalten? Ich kriege gefühlt hier gar keine Luft mehr gerade. Ich muss jetzt schnell raus hier. Ich muss ganz schnell raus hier. Das geht gar nicht gerade. Wie lange geht denn das jetzt noch? Oh nein. Das geht gefühlt noch vor lange. Es sieht so aus, als würde ich komplett unter der Eiswelt langtauchen oder sowas. So, ich bin oben angekommen, Freunde, bei der Artik-Rutsche. Und ich gehe hier rein und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwarten wird. Wow, wow. Okay, okay. Die Eisrutsche ist schon mal sehr, sehr schnell. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wo geht es jetzt hin? Aua. Alter, da bin ich ja richtig über den Boden gerutscht, sag mal. Dann will ich aber nochmal zu steilen, da hinten der Roten. Guck mal, da geht so eine Strandparty los. Dit, 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 dit. Guck mal, alle am Tanzen und so coole Strandparty. Da oben auch so Bälle und sowas. Und was ist das hier? So Feuerwerk. Ach, das wird bestimmt gleich gezündet, ne? Freunde, während die da unten Party machen. Oh, ach nein. Oh Gott. Sehe ich gerade, dass es hier noch voll hoch geht. Und dass hier auch noch voll viel kommt. Guck mal, da drüben, dieser liegende Bereich. Und da drüben ist nur noch eine Vulkanrutsche. Okay, das sieht sehr, sehr krass aus. Ich gehe mal hier nach ganz oben. Denn hier müsste jetzt, ja. Hier oben ist jetzt die rote Rutsche. High Dive. Das ist die höchste im Spiel, glaube ich. Da drüben ist auch noch eine. Die ist auch noch ziemlich hoch. Aber die hier nehmen wir jetzt erstmal. Also, also die Rutsche und... Okay, ich gehe rein. Geht das? Okay, ich setze mich hin und... Wow, yo, wie schnell war ich gerade? Okay, ich würde gerne mal wissen, wie schnell ich war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so spektakulär sah die jetzt gerade gar nicht aus. Freunde, wir haben echt richtig viele Rutschen im Aquapark gesehen. Wenn ihr wollt, dass wir noch einen zweiten Part hiervon machen, dann lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr Zuschauer. Tut mir den gefallen. Checkt gerne eins von allen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.